Im heutigen Video möchte ich euch mal eine sehr interessante Seite vorstellen, wo ihr ganz einfach per View auf ein ganz normales Bild bezahlt werdet. Wie das Ganze funktionieren kann und wie man auf dieser Seite auch noch durch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel durch den Verkauf von Fotos Geld verdienen kann, das erfährst du alles in diesem Video, aber bevor wir jetzt mit dem Video starten, lasst doch lieben gerne mal ein Abo auf diesem Kanal da, um keine weiteren Geld verdienenden Tutorials mehr zu verpassen und nun würde ich sagen, reden wir doch gar nicht mehr lange rum, sondern gehen direkt auf meinen Computer rüber und schauen uns einmal gemeinsam diese Seite an. Die Seite, um die es heute gehen soll, nennt sich Clickersnap, die werde ich euch natürlich mal unten in die Videobeschreibung packen und wie das Ganze hier funktioniert, werden wir uns einmal gemeinsam anschauen. Dazu gehen wir einmal hier auf How it works drauf und dann wird uns auch schon ganz genau erklärt, was es mit dieser Seite auf sich hat. Also wir werden hier wirklich pro Ansicht, wie ich euch das natürlich auch versprochen habe, auf ein Foto bezahlt. Und ganz ganz wichtig hierbei zu wissen, das verwechseln viele, nämlich wenn ihr hier oben seht, bekommt ihr dafür 70 Cent, was aber keine 70 Cent sind, sondern es sind 0,7 Cent. Das bedeutet, ihr bekommt hier knapp einen Cent pro View. Jetzt wird sich wahrscheinlich der ein oder andere fragen, ja gut, aber lohnt das sich denn wirklich hier seine Fotos hochzuladen, wenn ich wirklich gerade mal so wenig Geld bekomme? Und ich kann euch sagen, ja definitiv, weil ihr könnt hier nicht nur pro View bezahlt werden, sondern nebenbei auch noch Geld verdienen, indem ihr eure Fotos weiterverkauft. Das könnt ihr euch so ein bisschen wie bei den Stockplattformen vorstellen. Also da gibt es ja zum Beispiel die Plattform Shutterstock, Getty Images, da könnt ihr auch eure Fotos hochladen und bekommt dann eine kleine Provision für jeden Verkauf eurer Fotos. Und das Tolle an der Seite ist, dass ihr halt nicht nur durch Fotos verkaufen Geld verdienen könnt, sondern auch per View bezahlt werdet. Die Mindestausbezahlung beträgt ihr auch gerade mal 15 Dollar. Das heißt, sobald ihr 15 Dollar erreicht habt, könnt ihr euch das Ganze auch schon auf euer Konto ausbezahlen lassen. Die Seite hat auch schon, wie ihr sehen könnt, hier über eine Million Leute, die auf der Seite sind und über zwei Millionen Views per Day. Was bedeutet, dass hier jeden Tag zwei Millionen Fotos angeschaut werden. Nun denn, schauen wir uns doch gerade mal an, wie viel Geld man hier verdienen kann. Hier auf der rechten Seite seht ihr wirklich den erfolgreichsten Fotografen auf dieser Plattform. Der nennt sich hier Mike Brown. Könnt ihr auch gerne mal auf YouTube bei ihm vorbeischauen. Er hat hier schon sage und schreibe 171.000 Views auf seine Fotos bekommen. Und da könnt ihr euch gerne mal ausrechnen, wie viel diese Person schon verdient hat. Also Pi mal Daumen würde ich jetzt sagen, 130.000 Euro hat diese Person alleine schon durch die Views bekommen. Natürlich kommen dann auch noch nebenbei Verkäufe dazu. Dadurch hat die Person dann natürlich auch nochmal deutlich mehr Geld verdient. Also ihr seht, die Plattform hat hier auf jeden Fall Potenzial. Und ihr müsst auch wirklich bedenken, wenn ihr ein paar Fotos bei euch zu Hause rumliegen habt, irgendwelche Fotos aus dem Urlaub, müsst ihr ja nicht unbedingt ihr drauf sein. Dann könnt ihr diese ganz einfach nehmen, auf diese Plattform draufpacken und passiv nebenbei ein kleines bisschen Geld verdienen. Gut, ich sage es mal so, wenn ihr jetzt keine Bekanntheit seid, beziehungsweise keine große Reichweite mitbringt, dann könnt ihr hier natürlich von dieser Seite nicht so horrende Summen erwarten. Dann werdet ihr wahrscheinlich pro Monat immer so ein paar Euro dazu verdienen. Aber ich werde euch später auch nochmal einen kleinen Trick zeigen, wie ihr auf dieser Seite auf jeden Fall deutlich mehr Geld verdienen könnt. Auf jeden Fall schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze denn hier funktioniert. Dazu gehe ich mal hier oben auf How it works drauf. Und diesen englischen Text, der jetzt hier gleich rauskommen wird, den habe ich euch jetzt nochmal übersetzt, damit ihr auch wirklich versteht, wie das Ganze denn hier läuft, warum man denn eigentlich hier pro Klick bezahlt wird. Das können wir uns gerne mal hier anschauen. Hier bei dem letzten Satz steht das Ganze auch schon. Helfen Sie uns zu wachsen und wir helfen Ihnen im Gegenzug ein Einkommen zu verdienen. Und genau dadurch verdienen wir durch sogenannte Views Geld. Hier vielleicht nochmal ein kleiner Check, damit ihr auch wirklich wisst, ob diese Seite zu 100% seriös ist. Ich kann euch versprechen, ja, diese Seite ist seriös. Ihr seht das auch hier an den Trustpilot Bewertungen. Könnt ihr natürlich auch gerne im Internet nach anderen Quellen suchen für Bewertungen. Die sind alle ziemlich, ziemlich positiv. Und genau aus diesem Grund kann man sich hier auf jeden Fall sicher sein, dass die Plattform auch wirklich seriös ist. Zum Ende des Videos werde ich euch jetzt gerade noch einmal zeigen, wie das denn genau hier funktioniert. Also ihr müsst einmal hier auf Get Started einmal drauf gehen. Könnt euch daraufhin jetzt entweder hier registrieren oder auch hier unten mit eurem Google, Facebook oder Twitter-Konto einmal einloggen. Das werde ich gerade einmal tun und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, sobald ich das getan habe. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mich jetzt auf dieser Plattform auf die Schnelle einmal angemeldet und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, oben auf Upgrade to Pro einmal drauf zu gehen und dadurch erscheinen mir jetzt hier diese vielen verschiedenen Pakete. So, jetzt habe ich einmal die Möglichkeit, das Ganze manuell zu bezahlen oder auch jährlich. Würde ich das jährlich tun, dann würde ich hier, wie es hier auf der rechten Seite steht, 20% sparen. Problem hierbei ist aber, dass ihr das wirklich dann jedes Jahr erst kündigen könnt. Deswegen würde ich euch vielleicht erst mal monatlich empfehlen. Probiert das gerne einmal aus und wenn ihr sagt, okay, mir gefällt das Ganze nicht, ich verdiene hier wirklich kaum Geld, dann könnt ihr auch jederzeit dieses Abo wieder beenden. Also das ist auf jeden Fall gar kein Problem, wenn ihr hier oben natürlich monatlich ausgewählt habt. So, bei dem Free-Account ist es natürlich so, ihr habt wirklich Unlimited Uploads, das heißt, ihr könnt so viele Bilder hochladen, wie ihr nun möchtet, aber ihr bekommt das Ganze nicht bezahlt. So, aber das Ganze bekommt ihr bezahlt, hier bei dem zweiten Paket. Das kostet gerade mal ungefähr 2 Euro pro Monat, was auf jeden Fall schon sehr, sehr günstig ist, würde ich sagen und dadurch bekommt ihr dann auch schon eine Bezahlung per Views auf eure Fotos und viele, viele weitere Vorteile habt ihr dadurch auch noch. Ich persönlich würde euch aber zu diesem ProSeller-Modell raten, weil dadurch habt ihr viele, viele weitere Vorteile. Ihr könnt dann nicht nur, wie bei dem 2 Euro Paket, durch Views Geld verdienen, sondern ihr könnt eure Bilder auch wirklich weiterverkaufen und auch noch ganz, ganz viele andere Sachen machen, wie zum Beispiel hier bekommt ihr dann noch solche Free Credits, also 100 Credits pro Monat und damit könnt ihr dann eure Bilder nochmal etwas promoten. Ich sage es mal so, wenn ihr sowieso als Fotograf schon ein paar Bilder habt, dann könnt ihr diese natürlich auch nehmen und auf diese Plattform hochladen. Es schadet auf jeden Fall nicht. Schaut einfach, was dabei rumkommt und wenn ihr damit zufrieden seid, dann könnt ihr das natürlich als Einnahmequelle euch noch jederzeit aufbauen. Aber ich sage es mal so, erwartet auf jeden Fall nicht, wenn ihr jetzt hier 10, 20 Fotos hochladet, dass ihr dann direkt schon eure 100 Euro verdient. Das wird natürlich nicht so sein und ihr werdet wahrscheinlich auch keine 50 Euro verdienen. Und genau aus diesem Grund sollte man wirklich hier auf der Plattform auf Masse zum Ersten gehen und zum Zweiten, wenn man Reichweite mitbringt auf anderen Social Media Plattformen, dann sollte man hier sein Profil definitiv teilen, damit man hier noch ein paar Views bzw. Aufmerksamkeit für Verkäufe auf dieser Plattform generieren kann. Ich kann euch auch gerne mal zeigen, wie einfach dieser Upload-Prozess gestalten ist. Wir klicken hier oben einmal auf Upload und jetzt könnte ich hier theoretisch ein Foto einmal auswählen. Das werde ich jetzt gerade einmal tun und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt hier dieses Foto einmal ausgewählt und wie ihr seht, muss ich da wirklich nicht viel angeben. Also ich kann hier theoretisch auch per Copy und Paste arbeiten, mir eine Vorlage schreiben, immer mal wieder so ein paar kleine Wörter ändern und diese dann hier ganz einfach in die Beschreibung einfügen. Hier einen Titel festlegen, einfach ein paar wichtige Keywords mit einbauen zu diesem Bild. Dann darunter die Tags, da könnt ihr auch ein paar mit einbauen. Dann darunter noch ein paar wichtige Tags, also Keywörter eingeben, nach denen auch wirklich gesucht wird und zu guter Letzt noch die Kategorie und das Album einmal auswählen. Dann könnt ihr das Ganze auch schon einmal hochladen und dadurch dann ganz einfach passiv durch eure Fotos Geld verdienen. Okay, das war es dann aber auch schon mit diesem Video. Falls weitere Fragen bestehen sollten, gerne ab damit unten in die Kommentare. Ich antworte in der Regel ziemlich schnell und in diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!